Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Freitag den 8.11.2024 und der Brand im DAX scheint erstmal wieder gelöscht. Die kleine Explosion hat also bloß mal kurz Puff gemacht und jetzt ist schon wieder die Vorfreude auf das, was später kommt im DAX offenbar zu sehen. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass wir ja diesen Doppelbutten da drin haben und ich habe euch ja gesagt, dass man sowas im DAX nicht ignorieren darf, weil er sowas ganz gerne macht und deswegen hatten wir gesagt, dass er oberhalb von diesem Doppelboden die Tendenz hat, wenn da grüne Kerzen kommen und da waren sehr viele grüne Kerzen dabei, dass er dann erstmal wieder zum mittleren Band geht über die 200 und wenn er da drüber auch geht, dann auch wieder zur 300, 400 und am Abend bei 480, 500 stehen wird. So war es gestern gesagt, wenn er eben nicht unten raus geht. Wir haben auch gesagt, wenn er raus geht oder von 200, hat Abschluss, aber es ist dann alles nicht gekommen. Die ganzen Bedingungen, die wir für unten genannt haben, für die negativen Szenarien, wie da ein Unterschreiten von 19.000 und so weiter, alles nicht gekommen. Er hat da relativ sauber, zielstrebig und auch geradlinig die Signallake eigentlich nach oben hingesetzt und sich dann hier auch deutlich drüber gesetzt, drüber gelegt und die Ziele erreicht. Also nicht alle Ziele erreicht, weil die 480, die 500, die fehlt noch. Aber wir müssen jetzt hier auch ein bisschen weitersprechen, ja. Wenn wir uns die Bewegungsgeschwindigkeit angucken, mit der wir hier in der Erholung hochfahren, dann sollte man auch darüber nachdenken, dass vielleicht doch das Bewegungsziel überrissen werden kann. Ja, also das Doppelbodenziel liegt ja hier bei 560, das ist dann relativ leicht erreichbar am Freitag. Mit so einer Geschwindigkeit, wie er hier drin ist, wird er natürlich dann überschießen und bestimmt sogar Richtung 730 schon treiben. Das wäre, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gewickelt bin, sogar ein neues Allzeithoch. Ja, wäre es dann tatsächlich auch ähnlich, wie wir es jetzt bei den Amerikanern gesehen haben. Ja, also er würde dann quasi ein bisschen hinterher dackeln. Alles, was er dafür machen muss, ist im Grunde genommen, sich, könnte man hier sagen, über 350 zu halten. Ja, also, wobei das ein bisschen schwierig ist, weil ja der Bereich um 392 eigentlich hier so ein bisschen der interessante Supportbereich ist hier so mittig drin. Ähm, hm, ja, also das Top-Loss würde ich noch nicht über nur 350 nachziehen wollen, wenn ich hier lang drin bin, das muss ich schon sagen. Ähm, aber ich würde alles, was hier seitwärts geht, alles, was ruhig auf der Stelle stehen bleibt und dann anfängt, nach oben dynamisch zu treiben, sei das durch grüne Stundenkerzen oder was auch immer, dann erstmal auch weiter nach oben sehen. Ja, also eine 480 ist nochmal erreichbar, die 560 ist nochmal erreichbar, ist natürlich jetzt das Ziel. Ja, eine 560 kann demzufolge nach, ähm, zurückruppeln, aber wenn er sich da weiter durchboxt, dann lasst ihn laufen, und da ist auch scheißegal, wie schnell der steigt. Ja, am Freitag, also wenn der pro Stunde da nur 30, 40 Punkte macht, ähm, und ihr denkt, oh, der kommt hier nicht weiter, der ist viel zu langsam, ja, also wir haben 10 Handelsstunden zur Verfügung. Mehr, oder? Bin ich falsch? Von 8 bis 22 Uhr, na, das sind sogar noch ein paar mehr, ja, also dann kann er sogar 20 Punkte pro Stunde steigen, und er würde trotzdem über 600 nachher stehen. Ja, also da, da ein bisschen vorsichtig am Freitag, dass man ihn da nicht falsch verurteilt, alles was flach zur Seite geht, alles was ruhig ist, ja, würde ich klar nach oben antraden, sobald dann wieder Schwung in die grünen Kerzen reinkommt, ähm, Richtung hier 480, 65, 637, ja, 37 halte ich für erreichbar am Freitag, auch wenn es jetzt hier 300 Punkte sind, aber ich denke, das ist machbar, wir haben gut Bewegungsdynamik einfach drauf, ja, wir sind jetzt auch gekommen vom Vortag bei 19,100, jetzt bei 440, das sind 340 Punkte, ähm, es ist weniger als am Vortag, haben wir so auch gesagt, selbst für die untere Variante haben wir gesagt, ist weniger, aber, ähm, hat näher so sinngemäß gesagt, unter 19.000 ist es 650 erreichbar, ja, jetzt hat er es nach oben rausgespielt, und das könnte noch mehr abnehmen am Freitag, es könnte noch ruhiger wieder werden, aber dann sind trotzdem hier so 300, 200 Punkte, das ist halt, auch wenn es dann weniger als wie am Vortag ist, ist es aber trotzdem machbar, ja, ähm, ein bisschen Wackleger rein starten dürfte er, ja, er dürfte auch einen Aufwärtsgap machen und das Closen, ja, um so ein bisschen diesen, diesen schwachen Eindruck zu setzen, aber was ich nicht sehen will, ist jetzt eigentlich so Dynamik nach unten, ja, tiefere Hochsätzen, das wäre auch nicht gut, also, mal als Beispiel, der kommt jetzt hier runter, legt sich früh, keine Ahnung, zu 9.30 Uhr oder zu 10 Uhr, irgendwie an der 350, steigt dann an der 400, stößt sich an der 400, wie in der US-Wahlnacht, wieder nach unten ab und macht dann unter 350 ein neues Tagssieb, oh, dann würde ich, glaube ich, oben erstmal einen Haken dran machen für den Freitag und gucken, wie weit kommt er zurück, denn er kann weit zurückkommen, jetzt aus der Konstellation heraus, ähm, würde sich hier auch so ein Dreik oder so was anbieten, ja, das sieht man im DAX auch oft, gerade eben, wenn so eine, so eine, so eine Geschiebewelle so und so anfährt, dass die hinten dann irgendwie so ein Dreik rausläuft und dann, dann trotzdem nochmal platzt, ja, also, das halte ich für möglich, ähm, deswegen würde ich gerne sehen, dass er stabil, ruhig und aufwärts treibt. Sehen wir das, dass dieses, dass er sich einfach die Niveaus hält und einfach immer wieder noch ein Stück oben drauf liegt, ist es wirklich egal, wie viel das ist, also, wenn er zwei Stunden später wirklich bloß 30, 40 Punkte höher ist, ist es trotzdem positiv zu werten und dann würde ich ihn oben raus sehen, aber, wie gesagt, wenn er sich so unter 350 dann da so rumfummelt und dann 400 von unten abschließt, ist auch so ein kritischer Faktor, ähm, dann, dann, dann würde ich, glaube ich, mich eher darauf einstellen, dass wir nochmal auf die 300 abklickern, wenn wir durch die 300 dann irgendwann durchgekommen sind, dann geht es wieder zu 220, dann geht es zu 150, ja, und dann steht er auch relativ schnell wieder hier unten und dann würde er sich aber von dort dann natürlich auch wieder erholen. Ja, ja, das ist so erstmal die Erwartungshaltung, also sozusagen positiver Ausblick, ein bisschen noch immer aus diesem Doppelboden getrieben, beim Tagesschart ist das jetzt ein bisschen wirr, was hier an Kerzen aus, äh, aussteht, aber hier muss man eben klar festhalten, der, das, was wir immer im Tagesschart gesagt haben, dass es wichtig ist, dass der unten aus diesem Band rauskommt, um ihn wegzukippen, das ist nicht eingetreten, ja, also zumindest das Stand jetzt noch nicht. Vielleicht hat er für uns ja noch eine Überraschung parat, aber Stand hier ist jetzt hier erstmal, man kann jetzt hier nicht sagen, dass man ein negatives Chartumfeld hat, ja, das, das kann ich nicht, als technischer Analyst, das kann ich nicht, das kann ich wirklich nicht sagen, und damit hätten wir eine Grundtendenz schon eher wieder nach oben, aber man kann schon sagen, wenn das dann irgendwann mal bricht, und der Boden hier bricht, der 19.000er kippt schon ein bisschen die Chartlage, ja, das, das ist, das ist dann drin, aber ist Stand hier eben noch nicht so. Ja, gut, was anderes kann ich euch eigentlich gar nicht erzählen, und wird es daher hier beenden, das obere Band ist vielleicht ganz interessant, ich sehe es hier nämlich gerade, das liegt nämlich unter der 37, dann würde ich mich vielleicht etwas korrigieren von 37 auf 700, ja, und sagen, okay, dann wird das vielleicht die nächste Station auf der Oberseite, einmal vom unteren zum oberen springen, wenn er ruhig bleibt und weiter oben treibt, ist das vielleicht ein interessantes Tagesziel zum Freitagabend hin dann. Ja, lassen wir so. Für die Premium-Leute, das Webinar müssen wir dieses Wochenende schon am Freitag machen, ich bin dieses ganze Wochenende nicht da, sprich, wir machen das am Freitagabend, 20 bis 22 Uhr, Einladung schicke ich dann im Tagesverlauf noch um, und für alle anderen hören wir uns dann am Sonntag, wieder für die Analyse dann zum Montag. Bis dahin, viel Erfolg, gutes Link, Tschüss.